Was geht ab Leute, neue Leute Games hier und wir bestimmen heute den Gewinner für das Far Cry 3 Gewinnspiel. Es handelt sich hierbei wirklich nur um die PC-Version, also seid bitte nicht enttäuscht, falls ihr die Xbox 360 oder die PS3-Version erwartet habt. Wirklich nur die PC-Version. Okay, wie es jetzt hier laufen wird, ist ganz einfach. Ich werde den YouTube-Link hier mal eingeben, vor meinem Video. Okay, und aus 1400 Kommentaren wird jetzt ein glücklicher Gewinner gezogen, sobald ich auf den blauen Button geklickt habe. Und falls ihr nicht gewonnen habt Leute, bitte seid nicht enttäuscht, ich werde in Zukunft auf jeden Fall noch viel, viel mehr Gewinnspiele machen. Für die Xbox 360, für die PS3, für die Wii U und vielleicht sogar für den Nintendo 3DS. Okay, bestimmen wir den Gewinner. Okay, da haben wir den Gewinner. Sandro Hambach, du hast gewonnen, ich werde dich sofort kontaktieren. Du hast eine Woche Zeit mir zu antworten und wir werden alles zusammen nochmal durchsprechen. Danke nochmal an alle, die daran teilgenommen haben. Seid bitte nicht enttäuscht Leute. Wie gesagt, ich werde in Zukunft auf jeden Fall noch viel, viel mehr Gewinnspiele machen. Danke, dass ihr wirklich so zahlreich daran teilgenommen habt. Und die ganzen Let's Plays werden auf jeden Fall jetzt noch weitergehen. Far Cry 3 geht weiter, New Super Mario Bros. U, Nintendo Land und ich werde euch nochmal im Detail die Wii U so ein bisschen genauer zeigen. Und da sich das Jahr jetzt so langsam dem Ende zuneigt, werde ich meine Top 10 Spiele, die mir persönlich dieses Jahr am besten gefallen haben, hochladen für euch. Die Videos sind schon fast fertig. Freut euch da schon mal drauf. Und nächstes Jahr geht es natürlich actionreich weiter mit den ganzen Let's Plays. Danke nochmal für euren Support Leute. Das haut mich wirklich um. Danke, dass ihr meine Videos so zahlreich guckt. Ich hätte das wirklich nie erwartet. Großes Dankeschön für euren Support. Und wie gesagt Leute, seid bitte nicht enttäuscht, falls ihr nicht gewonnen habt. Es werden auf jeden Fall in Zukunft noch viel, viel mehr Gewinnspiele kommen. Okay, das war es jetzt erstmal für dieses Video. War nur so eine kleine Auflösung. Danke nochmal an alle, die teilgenommen haben. Und wir sehen uns auf jeden Fall zu mehr Gameplay Leute. Macht's gut. Großes Dankeschön nochmal an euch. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Macht's gut. Bye.